Jetzt wird es schon mal so richtig rütteln. Über 400 Meter hättest du das geholt. Und ihr wisst, wer ihr meine? Natürlich. Einen Riesenapplaus für Senja Richter! Wir haben hier einen absoluten Superstar. Einen absoluten Superstar gibt sie hier im Training mit dabei. Und es ist wirklich spannend, dass alle mit dabei sind. Sprinter, vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke schön. Jetzt kannst du übernehmen, wie es weitergeht. Jetzt lassen wir es richtig los. Jetzt geht es weiter. Und zwar unsere Schweizer Staffelathleten werden mit uns einlaufen. Vor allem Marco Grimari, der Schweizer Meister in den 2. Marco, bitte. Es ist Sonja Richterz und ihr wisst in zu meinem 19th Video Blog. Ich bin in Zurich, in der Astral Stadium. Und wir werden auf den nächsten Tag competieren. Und mit all diesen tollen Kindern hier für den Klinik. Es ist mir und Marco. So, wir werden ihnen lernen, wie zu machen. So, stay tuned. You guys might learn something soon. All right. Here we go, guys. Ready? Yeah. Okay. Let's get a line in front of the block. enemies barretest. All in der Linieshof. Hintereinander. Hintereinander. Es kommt jeder dran. Wittung, dissipos! Gut. Hinter ihm hinstellen ein paar. Hinter ihm auch noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 This is Lily, my busy-ass daughter. She's my favorite. Okay, ready? So one leg forward, I'm going to come up a little bit. Poppy! Poppy! Okay, I can go in the door. I can go in the door. I can go in the door. You can go in the door and go in the door. I can go in the door and say, okay, go in the door. You just want to have it all? I like this. I like this. I can go in the other way. I'll go in the other way. Yeah. On your mark, set, go! Falschmark! Falschmark! Auf die Plätze! Versich! Los! Los! Auf die Plätze! Versich! Los! Uh oh! Fastball! Fertig, los! Jetzt probieren wir etwas aus. Will you give the gist, the kids are having a great time and so am I. Until next time, peace! Jetzt suchen wir aus Mami, und zwar von der Darmen Buri. Soll ich bitte zum UBS-Zellen kommen? Carmen ist bei mir, alles in Ordnung. Sie sind gleich mit Mami. Von der Carmen Buri, in der wohnigen, orangefarbigen Hose und T-Shirt. Siehst du sie? Wo? Willst du da raus? Willst du da wieder raus? Jetzt sind wir auf der Suche nach vier Wurfkörpern. Vier von diesen wunderbaren Teils, die vorhin geworfen haben. Wir haben da draußen unsere Leute so aufgestellt, die euch so schwitzen und euch wieder abnehmen. Also, bringt bitte diesen Wurfkörper-Trupp von der Karremen-Trainer, von Andreas Torkitzel und den anderen beiden Werfkörper. Bitte so etwas zufrieden. Also, wenn ich jetzt Tosi fliegt, etwas mitzunehmen. Bringt euch zu Hause mit dem Elikan, weil ihr immer wieder daran denkt, dass es umgekehrt mit mir ohne zu tragen. Also! Bringt bitte zurück die Wurfkörperstein, von Andreas Wurfkörpern, von der, äh... F-N-L-O-I. Wenn ihr unbedingt wieder zurückbringen, wenn ihr sie mitnehmen könnt. Danke! 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 Ich hätte die Kinder sagen etwas, auf den Kamera. Was können sie sagen? Wir haben die Songe. Das würde gut machen. Können sie sie in Englisch? Sie können sie sagen in Englisch? Ready? 1...2...3... Wir haben Sankt ihr! Danke! Ich liebe Sie auch! Danke!